Stempelstelle 131, Kaisereiche. Stempel ist da, weil das Tuch fehlt. Hier ist die Köthe. Und hier scheint Wandertreffpunkt zu sein. Hier ist richtig was los. Und hier ist die Eiche, Kaisereiche. Das ist aber nicht das Original. Das Original haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg gefällt. Und deswegen ist hier eine junge Eiche. Die ist dann erst 75 Jahre alt.